ich habe let's go gesagt und damit habe dich auch die folge gestartet ja hallo und herzlich willkommen im club der bekloppten jo der hat wieder eine hapune und die ich habe 800 ausgegeben ich habe mit einem falschen klick einfach nur 800 scheiße ausgegeben ok wo ist der kollege wir gehen eine runde schlachten wo bist du hinter dir machst du ich folg dir einfach mal was ich kann oh nice mit einem violetten stabbau mal hier der ist violett der starb ja also die ende ist ende ja meiner auch ok das ist der gleiche starb demnach so wo ist denn diese scheiß eis cave du mitkommen ich dir zeige ich dir zeige schon wieder falsch geratscht ey mal kurz mein inventar ist der ok der super der ist 6 von 35 meins ist 23 von 35 echt aufgeräumt weißt du die panne hattest ne ja das habe ich gemerkt und ich war nur am ausrasten also ich entschuldige mich dafür falls die letzte folge ein bisschen buggy war aber mein computer hat sich einfach mal kurz zeit gedacht nee heute ich mache ein problem so quest abgeschlossen perfekt ich muss nur noch mit zähnen die reden dann läuft hobi am schnürchen so ja habe ich dir überhaupt geht abdeidet johle ist auf standard stimmt sie schauen jetzt mal zu ja ich weiß da knappe drucken hallo jetzt geht es um es keine truhe mehr ich habe sie genommen die truhen war so alle klar jetzt funktioniert es da gucke ich mal an das wird wirklich weniger in der mitte ja und jetzt machst du mal alle kaputt aber ich glaube die müssen außen außen kaputt gehen ne in der mitte zuerst also ja die hier außen ich habe jetzt gerade ich mache gerade die außen fertig und wenn die außen fertig gehen wird in immer kleiner schau mal an ich habe den innen zuerst gehittet ich habe den letzten letztes mal 10.000 mal gehittet und nix ist passiert wenn ich aber die außen hier guck mal die außen dann wird immer weniger jetzt ist die eistruhe hier ich habe keine ahnung wo man den herkriegt steht da irgendwo ein hinweis aber hier ist im frost update die hier auch ist das wasser gerutscht warte mal ich schaue mal hier ja toll wie klingt man jetzt ein frost key hat vielleicht gibt er uns und die frage ist halt wo ist der typ mal wieder abgeblieben rodrik der ist doch in in der kleinen stadt also in der stadt wo wir so lange waren nicht da wir können nicht dadurch das war jetzt aber ein gutes durcheinander das war jetzt toll bloß 1 ich glaube ich das zu weit schmeiße also wir müssen wieder zurück nach unten oder ist das jetzt ein fehlschlag das war ein fehlschlag ok aber ich komme auch an das ziehen welche sich bringen ich laufe jetzt einfach mal zurück ich hoffe dass ich den rodrik finde ich laufe auch zurück aber nur auf dem normal kann ich jetzt hier nicht sagen auf einem weg was hast du hier überhaupt ist hier auch noch ein questgeber ne ok tschüss ich hätte mich auch gewundert wenn ein kollege einfach nur auf auf der nicht auf der straße sondern auf der mauer eine quest für uns hätte das wäre es noch bau die mauer fertig das wäre die quest ja wahrscheinlich würde es sogar geben wo bin ich hier gelandet oh ne hier gibt es wieder viele wildschweine oder hier ist auf jeden fall ein wildschweinpark in der nähe ja genau und wenn du jetzt da bist wo ich bin dann siehst du so ein wächterdorf und in dem dorf gibt es zwei leute die eine quest geben das ist das ist aber kurz vor ebis kurz vor ebis so ich mach mal den schlauen fuchs hier und rolle mich roll 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 your boat they see me rolling they hate em wuppala da wird schon jemand müde zeit für die haja da musst du echt länger schlafen ey congratulations und hier jetzt habe ich ne quest bekommen aber nicht von beiden das ist kack gerald das ist kala ist hier rodrik wo könnte der sein ich hab zwei raten an der backe rodrik war nicht irgendwie das war nicht der typ der uns am anfang es war sender der kollege sender das problem und wenn der hat ganz gute nerven hat artus martin rieke jennett marion marion jennett und Ja, da frage ich mich jede Woche mal wieder, wo ist der Typ? Jede Woche ist das das gleiche, aber wir finden einfach nie die Leute, wie sie ihn heißen. Wir können uns das einfach null merken. Guck mal kurz, da ist ja, da habe ich 8 Quests, Mama Mia. Delworth, Madame irgendwas, bla bla. Wie hieß der Typ jetzt nochmals? Roderick, ne? Ja, Roderick. War das der Barkeeper? Ne, eben nicht. Da oben war ich schon, da hieß keiner so. Roderick, ist das... Cenk. Roderick, das ist mir wirklich bekannt, aber... Ja, wir hatten es ja schon mal von dem Typen, ne? Ist das der Typ hier? Ne, hier ist er mal. Wo könnte dieser Typ bloß sein? Cecile. Archie ist hier, aber... Ich weiß gar nicht. Sean... Ne, das ist ja... Rolando. Nora. Randall. Ray habe ich hier gefunden. Roderick. Mann. Hallo. Grog? Nora? Da hinten war ich eigentlich schon, aber ich kann ja gut noch Leute bei sehen, ne? Mann, ich suche jetzt einfach danach, scheiß drauf. Ey, wir werden jetzt den Typen, werden was finden. Eh, wir werden da hin. Ist das... Das ist der Magier wahrscheinlich. Wo? Also... Gemäß... ...internet! Aber, ja, ob das so aktuell ist... das doch der magier also gemäß der magier der reiten ja ich hab's auch gelesen der kann ich hab eben die ganze gandalf im kopf oder halt krantel bad aber sie hier überhaupt noch weihnachtsmann und co kage die lief ja die kommt ja immer an weihnachten do you know lorina ja danke sehr aber das ist die quest also von der eis von ice cave was hat das war ein eisschlüssel oder camped out sie hat her own private room at that in in ramshackle if you're interested in her work you could ask around there maybe someone in ramshackle reef remembers her denkst no problem good luck aha wir müssen jetzt diese frau finden ich habe einfach mal das gelesen was er da gelabert hat ja bei mir steht nur hello again nice to see i found it i found a hidden cave on a soul filled with ice crystals and the frozen chest i wonder how open it ja da muss ich glaube ich mit wirklich mit der frau reden wohin bist du da gereden aber ich begreif es aktuell gar gar nicht wir haben ja eigentlich müssen nur noch heute eis in den schlüssel finden und ich finde mittler ich habe mittlerweile drei copper keys heißt aber nur in den kisten gefunden und co was ist hier weißt du was ich mich gerade frage warum sind die wildschweine durch gebrannt ich habe mich gerade auch wirklich ob wirklich jemand uns den hinweis liefern kann für den king dort ich weiß echt nicht wie wo was ich bin jetzt wieder beim anderen dorf ne ich bin auch umkommen vielleicht bin aber wieder nicht in der pvp arena ist glaube ich nach hinten ein bisschen versetzt kann er sein und hat das gegenüber dem großen ab dass er vor dem großen update hier grafik mäßig schon was zugelegt sind hier schärfere texturen am werke ja ja Oh Ja, dann seh ich mal Richtung Höhle Oder wo bist du eigentlich jetzt gerade? Äh Ich bin einfach mit den Dorfbewohnern Reden. Ach so Okay Aber ich bekomme nur Quests und Quests und Quests und Quests Ja, dann bringt's halt nix in dieser Runde Dann schalten wir nächste Runde wieder ein, ne? Wir sehen uns, bis dann Und tschüssi Ciao